ich fühl mich grad ein bisschen wie als ich mit 15 das erste mal verknallt war ja mein furchtbar schlecht sozialisierter hund der was hat er nicht alles detrivationsschaden und es verängstigt und eingeschüchtert hast du nicht gesehen ist okay hier da ist eh schon loch ne ja das machst du ja zu bevor du wieder fährst